Ja, ich darf mich selber kurz vorstellen, ich bin also der Klaus, ja. Man hört es, ich bin schon seit 20 Jahren in Tirol hier. Ich habe den Dialekt schon ein bisschen angenommen. Ich bin Kellner, Saisonsarbeiter. Saisons ist jetzt vorüber. Jetzt haben wir gesagt, mit dem Stempelgeld beim AMS kommen wir nicht durch, wir machen einen Vortrag. Danke, dass ihr so fleißig eingezahlt habt. Danke, dass ihr so fleißig eingezahlt habt. Ich bin Hans-Dieter, ne? Ich bin hier in Tirol seit 19,5 Jahren. Zehn Tage, fünf Stunden, zehn Minuten und ganz genau zehn Sekunden. Kleiner Pingerling, ja. Ich bin ja vom Hauptberuf Skilehrer, Animateur, Weltführer, alles bin ich, ne? Und in die Berge, da haben wir ja auch eine Freundin gekleidet. Freundin ist ja Wahnsinn, ja. Ich möchte euch vorstellen. Und zwar Applaus für die Franzi. Hallo Franzi. Franzi. Ich bin euch die Wachstärkte, die Rollerin und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Applaus für die Franzi. Ich bin euch die Badwies in die Badwies in die Badwies. Ich bin euch die Badwies in die Badwies in die Badwies. Und doch freut sie mir, zeig mir, wo die Holzlehrer landwachsen unter dem... Sie anführt, wo die Allmärzlern wachsen und allein Sie anführt. Hallo! Ja, grüß dich! Geht dich hier? Der lag schon auf dich, grüß dich. Ich bin der Klaus. Klaus? Grüß dich! Ich bin hier beim Schützenverein Hauptmanns-Hauptmann. Schützen-Hauptmann heißt das? Ja! Schützen-Hauptmann! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Ja, ich bin hier bei den Schützenvereins-Hauptmanns-Hauptmann. Nein, ich möchte gerne beim Schützenverein als Gewährdreger vorspringen und da brauche ich das Antragsformular. Ja! Du musst vorher auf die BH-Aufrufung ein Formular ausprobieren. Ich habe für euch jetzt eine Diashau mitgebracht, wie ich die Franzi, nee nicht die Franzi, die Resi kennengelernt habe. Und zwar möchte ich jetzt das erste Bild haben. Bitte, bitte, geh schon ab. Hier bin ich auf der Suche. Ich bin hier schon im Dahn. Ich komme hier runter im Dahn und schaue mal, ob es irgendwo Frauen gibt, ne? Das zweite Bild, bitte. Hier war es aber, ich war richtig erstaunt, wie man sieht, ned? Da war die Hörschel, die Ruhlerin, ned? Ich war schon ein wenig aufgeregt mit meinem Sitzerring. Nichts das Bild? Da hab ich sie mal reingepfiffert. Das war richtig toll! Ich bin da bruscht! Ich bin daart. Ich bin da ist noch ein wenig.